Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing Video und wie ihr hier sehen könnt, habe ich wieder eine frisch erschienene Blu-ray für euch, die ich mir natürlich gleich zugelegt habe und zwar nennt sich die Zowmania ganz schön verfuchst. Diesen Film liebe ich wirklich sehr, ich habe ihn damals ja schon im Kino geschaut, ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Film und musste natürlich gleich zugreifen. Ist auf jeden Fall für Jung und Alt was und sollte auf jeden Fall mal angeschaut werden. Ich habe diesen Film heute bei Penny geholt, mal ganz außergewöhnlich dafür, dass ich meine Blu-rays eingegeben habe, bei Mediamarkt oder Saturn hole. Und zwar hat es den Grund gehabt, bei Saturn oder Mediamarkt hat es meiner Info nach 18,99 Euro gekostet, die Blu-ray und hier für kurze Zeit bei Penny und Rewe gibt es diesen Film auch Blu-ray für 16,99 Euro, aber nur für kurze Zeit. Das ist hier die Vorderseite und das ist die Rückseite mit natürlich wieder einigen Extras und mit dem Kredikat besonders wertvoll. Es geht darum, dieser kleine süße Hase möchte Polizist werden. Sie wird natürlich ausgelacht dafür, weil sie so klein ist und so zierlich und nicht jeder vor ihr Angst hat. Aber dann nach und nach sieht man eigentlich, was in ihr steckt und ihr lernt diesen netten Fuchs kennen und was sich dort alles auftut und was ihr da erlebt, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr diesen Film guckt. Dieser Film geht 108 Minuten, ist in Full HD natürlich und hat schöne Extras drauf und ist in Deutsch und natürlich auch eine hörgeschädigte Fassung. Ja, dann werden wir das Ganze mal aufmachen und gucken, was sich da drin befindet. So, dann habe ich den Film natürlich aufgemacht. So, dann werden wir das Ganze vor euch mal auspacken. So, das Ganze ist hier nun ausgepackt. Ich möchte euch natürlich noch den Spruch hier unten sagen, spaßig, spannend, schlau, ein echt tierisches Abenteuer. Ja, dann machen wir die CD mal auf. Dann seht ihr hier die Sawmania, schöne Blu-ray, FSK 0 und natürlich hier ein Code, den ihr im Premium-Shop von Disney einlösen könnt, Punkt sammeln könnt und in Blu-ray investieren könnt oder anderen Prämien. Den habt ihr hier und natürlich noch Werbung für andere Filme. Aladdin, ist ein ganz cooler Film, Hercules, Cinderella, Christian Frosch und andere schöne Filme. Monster AG, auch ein super Film. Und hier seht ihr Fanartikel vom Film. Sawmania gibt es hier einige schöne Spielfiguren und so weiter und so fort. Das gibt es, das habe ich zum Beispiel auch gesehen. Die Figuren zum Film bei Toys R Us waren sehr lustig und sehr detailverliebt. Und also sehr gut gemacht. Ja, das ist die, der Schnickschnack, der immer mal drin ist. Und wie ihr sagt, die schöne Blu-ray. Also geht in den Handel, kauft diesen Film, unterstützt die Filme Produktion. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr den Film findet. Ich gebe ihnen auf jeden Fall eine Eins. Okay, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim selber gucken und wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing-Video wieder. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020